Bonjour meine Damen und Herren und willkommen heute zurück zu einer weiteren Minecraft-Video. Heute mal wieder viel zu spät, meine Damen und Herren, denn es liegt daran, dass ich sehr, sehr gerne schlafe. Das wollte ich kurz gesagt haben an dieser Stelle und Leute, ich würde sagen, wir fageln jetzt nicht lang rum und starten mit dem Video. Heute gibt es was mega Nices, denn ich habe hier so eine coole Map gefunden. Ich will nicht so viel spoilern, ihr werdet das jetzt gleich sehen, ich habe mega Bock. Genau, das hier ist eine Map und man muss hier halt Sachen machen. So, tschüss, das war's. Nein, Spaß. Leute, wir sind hier heute in einer Rebuild-Map. Man kann hier so verschiedene Maps auswählen und man kann dann coole Sachen machen. Das werde ich euch jetzt zeigen und zwar nehmen wir natürlich erstmal die Farm, denn ich bin der gute alte Farmer Lars. Nee, warte, ein Farmer hat keine Knarren. Also manche schon, aber egal. So, ich schweife vom Thema ab, ich würde sagen, wir starten erstmal hier den Easy-Mode, Leute. Theme Farm. Warte mal, wenn ich die Disc hier wegwerfe. Yeeha! Woo! Dann geht's los, Leute. So, unsere Aufgabe ist heute, das komplette Ding zu rebuilden. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3... Oh Mist, ich habe nicht aufgepasst. Oh gut, wir können es da zum Glück sehen. So, wir sind gut gelaunt, Leute. Die Mucke macht es aus. Es ist mega witzig. So, zack, zack, zack. Ich finde es mega geil, die Musik ist übelst cool. So, wir müssen den da, zack, boom, bam, Leute. So sieht es aus. Leute, meine Videos sind manchmal so bescheuert, oder? Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier, die Musik ist doch mega cool, oder nicht? Ist übelst witzig. So, äh... Wir sehen es ja eh nochmal. Äh, genau. Hier ist Rot. So. Ja, dann kommt hier Orange. Dann hier ist Weiß. Und dann ist das hier natürlich das da. Boom, yeah, Profi, 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 Profi. So, oh, was? Okay, das ist 1, 2... Ah, das sind Treppenstufen. Okay, das kriege ich hin. Stopp. 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 Oh, lol. Okay. Konzentration. Äh, ich habe jetzt nicht gesehen, wie hoch das war. Ah! Nein! Mach's weg. So. Ja. Okay, das sieht gut aus. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Was mache ich hier? Mann! Okay, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, oder? So. Das ist so bescheuert mit diesen Treppenstufen, oder? So, jetzt aber. Huh! Yeah! Huh! Yeah! Let's go! Let's go! Lele, let's go! Das ist zu klein. Was ist hier los, Mann? Ich bin doch kein Schwein. Was soll das denn sein? Oh nein, oh nein. Was geht hier ab? Ich bin ein kleiner Lars. Yeah, 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 yeah. Ich kann da drauf einfach rappen. Ich kann einfach da drauf rappen, Leute. So, hier. Jetzt ist es so, so, so. Und das muss dann hier oben so. Nein! Cool bleiben. Wir haben trotz allem, Leute, wir haben trotzdem die Musik zum Entspannen. Alles ist gut, solange wir die Musik haben. Und Ende! Hä? Hä? Ist es zu hoch? Nein! Eins, zwei, da. Okay, es ist ein Block unten zu viel. Oh mein Gott, ich hätte es mir angucken sollen. Ich hätte es mir einfach angucken sollen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So. Es geht halt auch nicht schneller. Ah! Nein! Ich bin schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Was ist das? Was? Okay. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Einmal. Und dann oben zwei Stück. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Okay. Zwei, zwei, zwei. So. Mitte. Mitte. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und eins. So. Und hier muss dann eins, zwei Und dann Ist das eine Karotte? Ach, das ist eine Rübe Okay, hier So Dann hier runter Zwei Stück hier unten freilassen Ja, Leute, so sieht's aus Das ist die Karotten, der Karotten-Groove Yeah Ja Ja Boom, ja Kreuz-Step, Kreuz-Step Kreuz-Step So Beautiful Äh, what? Das hier ist einfach nur Gras Ein bisschen Gras Eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei, drei Eins, zwei, eins, zwei, drei Damit könnt ihr sowieso nichts anfangen Oh mein Gott, das werd ich Never hinbekommen Zum Glück ist hier diese Vorlage schon Aha So Okay, das ist richtig Das hier war auf jeden Fall Drei hoch So. Und das war so. Ja, wir schaffen das. Oh mein Gott, wir schaffen das. Eins. Äh, hä, hä, hä? So. Und jetzt nochmal das gleiche hier. Aha! Maden! Komm schon. So. Ich kann es nicht sehen. So. Es ist falsch. Was ist hier falsch? Okay, vielleicht so. Ja! Ja! Okay, let's go, weiter geht's. Ich muss aufpassen. Stopp. Weiter. Eins, zwei. Ja, das kriege ich hin. Okay, das schaffe ich. Spaß. So. So. Hä, 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 hä? Hä, hä? So. Bam, bam, ba-da-da-da-da. Leute, falls ihr Bock auf noch ein paar Tab, dann lasst gerne einen, einen, äh, ich weiß nicht was, einen Cowboy-tastischen Daumen nach oben da. So witzig heute, Lars. So witzig. Das war easy, Leute. Das war wirklich easy. Was ist das hier? Das ist so ein Gartenzaun oder so. Was soll das darstellen? Vier. Ja, das wird ein bisschen knapp von der Zeit. Aber ich würde sagen, wir schaffen das. Let's go. So, okay. Konzentration. Das ist vier hoch. Äh, hier. So. Äh. Boah, das ist gar nicht mal so leicht, Mann. So. Ah! Ah! So. Ich pack das. Easy going. Easy clap, Leute. Easy clap. Boom! Puh, zucka, 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 puh, bluh, bluh, bluh. So. Das nächste. Bam, bam, badadada, bam, badadada. Ich hätte schon Bock auf noch ein Part. Die Mucke ist richtig geil. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Part, Leute. Auf jeden Fall. So. Äh, das hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Ah! Oh! Hello! What are you doing, head? So. Yes! Dum, 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 dum. Ich krieg nen Copyright Claim für dieses Video, dieses Video. Diese Musik ist super toll, yeah. Ey, das wäre ein richtig geiler Slogan. Dum, 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 dum. So. Mann, das nervt. Ich muss das abbauen. Mach schnell, mach schnell weg. So. Weg. Weg. Weg! So. Zack, zack. Und jetzt hier in der Mitte eine Fritte. Nein! Ich bin so stupido. Mach weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. So. Und jetzt einfach in die Mitte. Hä? Oh, das war richtig. So. Jetzt einfach in die... Ah, nee, das war falsch. So, einfach nur. Und... Bam! Weg damit. Nice, nice, nice. Leute, ich würde... Ja, das wird mir jetzt hier schon ein bisschen zu wild. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall... Macht die Musik aus. So. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall fertig hier für heute. War auf jeden Fall ein echt cooles Ding. Falls ihr Bock auf mehr habt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich muss mich jetzt beeilen, weil mein Video ist heute auch wieder viel zu spät. Ich würde sagen, wir sehen uns heute rein. Leute, und ciao! Wie, bei! Wie, bei! Ciao!